Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten BCAAs. Das High-End-Produkt in unserem BCAA-Test geht das die Glorifil BCAA. Glorifil BCAAs liefern pro Tagesdosis 4,95 Gramm L-Leucin, 2,48 Gramm L-Valin und 2,48 Gramm L-Isoleucin im besonders effektiven 2 zu 1 zu 1 Verhältnis. Zusätzlich angereichert mit 2,7 Milligramm des wichtigen B-Vitamins B6 für eine ausgezeichnete Bioverfügbarkeit. BCAA ist die Abkürzung für Branch-Chin-Aminoazids. In diesem Fall handelt es sich um die Aminosäuren L-Leucin, Isoleucin und Valin, inklusive BCAA-E-Book. Das BCAA liefert 330 Kapseln für mehr als einen Monat BCAA-Bedarf pro Dose. Zur Daueranwendung geeignet. Neben der Laborprüfung des Aminosäuren-Gehalts, lassen wir unsere BCAA-Kapseln auch von nach den N-ISO-IEC-17005 und 20 zertifizierten unabhängigen akkreditierten deutschen Prüflaboratorien zusätzlich auf Reinheit, Sicherheit, Qualität und jegliche Schadstoffe und vieles mehr von prüfen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das ESN-BCAA. Das ESN-BCAA-GIGA-Caps liefern dir die drei essentiellen Aminosäuren L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin im optimalen 2 zu 1 zu 1 Verhältnis. Für die Einnahme des BCAA-Caps brauchst du kein BCAA-Pulver anmischen, sondern kannst die Kapseln schnell und einfach mit Wasser zu dir nehmen. Mit 300 Kapseln bist du für 25 Mal Bohrkut ausreichend versorgt, wenn du dich an unsere Verzehrangaben hältst. Unabhängige akkreditierte Labore prüfen die Qualität unserer Rohstoffe und insbesondere der BCAA-S regelmäßig. Die ESN-BCAA-Kapseln werden in unserer hauseigenen deutschen Produktion nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem BCAA-Test ist das Mutant-BCAA. Mutant-BCAA-S versorgen sie mit verzweigtkettigen Essentil in Aminosäuren hoher Qualität, damit ihre Muskeln nicht als Energiequelle herhalten müssen. Ihr Training ist nichts für Wochenendkrieger. Es ist ein Training für leistungsbereite Hardcore-Athleten. Mutant-BCAA-S helfen dem Gewebeabbau entgegenzuwirken. Mutant-BCAA-S enthalten L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin im Verhältnis 2 zu 1 zu 1 und versorgen sie mit zusätzlichem Leucin, um die Proteinsynthese zu maximieren. Dies ist insbesondere bei einer reduzierten Kalorienaufnahme wichtig. Wollen Sie klar definierte Muskeln? Dafür brauchen Sie Ihre gesamte Muskelmasse. Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration der Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln geprüft. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Verhinderung von Krankheiten bestimmt. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.